Oh Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wo geht man die überhaupt ab? Ich glaube in der Stadt Heaven, oh was mit Himmel, oh was mit Himmel war dort Ja drück immer Himmel Willst nicht? Nee da gehen wir nicht hin Geh weg Oh was mit Himmel, Heaven, oh was mit Heaven war es Heaven, Heaven Heaven, 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 New Haven Ja genau Okay Oh nein Und, das war der Old, das war der Old Heaven, falsch Jetzt sind wir woanders wieder Ist egal, Heaven ist Heaven Gar nix mit Heaven Heaven, Heaven, Heaven New Haven Wuff wuff Boah Dock Dock Bist du Hups Hups Erstmal looten die hin Ausrufezeichen? Ich gehe mal zum Ausrufezeichen. Rossmann hat in der Waffe bekommen. Ja, hat er. Das ist ein Revolver gewesen, ein Schießrevolver. Schießrevolver? Zeig, halt schnell mit mir. Wir haben einen neuen Auftrag haben wir jetzt. Dirk? Ja. Hier sind neue Schießdinger drin für dich. Schießt du? Rocket Launcher! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Das ist ein Rocket Launcher. Ach so, der geht ja nicht. Der ist ohne 80. Den hab ich hier, diese. Das ist komisch wie wir holen. Ah, das liebe Quartier. Hier ist doch irgendwo. Der ist doch. 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 Kann ich nicht anreden, warum das? Ich kann auch nicht alle anreden. Ich kann auch nicht alle anreden. Nee. Kommt mal. Kommt mal. Ich muss hier was. Ich geh hier mal der Raute hinterher, wa? Da muss ich hier hinter. Wo ist denn? Wo bist du? Ah, hier hochzukommen ist schwer. Ach, ganz einfach. Ich bin oben. Hier ist ein Scharfschützen. Echt jetzt? Du? Ja, ich bin oben. Wie bist du hochgekommen? Der ist doch gar nicht hier oben. Du bin oben. Du bin oben. Ich bin auch hier oben. Hier auf die Postdinge. Hier. Hier geht der Grund. Na, ich hör zu. Ich sag was hier oben ist. Äh, Scharfschützengewehr. 138. Mit? Einmal Feuerschaden. Und 3 Schuss. Oh, klingt nicht schlecht. 3 Schuss. Und die 3 Schuss will ich haben. Äh, das andere ist ein Mg. 21 Schaden. 28 Schuss. Und zweimal, äh, Säure. Uh, klingt gut. Solltest du runterschmeißen? Ja, ist mal nicht schlecht. Ob du die Hand willst oder sagst du eher ne? Warte, ich komme mal hoch. Ja, mitten im Lohns ja trotzdem. Weil du kannst es ja verkaufen, weißt du? Warte mal, die kleine Kiste musst du noch hoppen. Warte mal, Matti. Warte mal. Auf die kleine noch. Ja, jetzt machen wir die Kunst hier. Ja, jetzt. Da müssen wir mal gucken, wo immer wir mal abgeben sollen. Die Aufträge. Ich guck mal. Oh, die Sniper. Ich hab ne bessere Feuersniper. Echt? No. Ich hab ne Sniper Feuerschaden angelegt mit 211 Schaden. Nee, oder? Ja, und plus mal drei Feuern. Nö, oder? Ja. Streber. Tausch mal, kriegste die? Krieg ich deine? Ja, warte mal, warte mal. Haha. Für mich. Das gibt's doch nie. Das gibt's doch nie. Der tausch ich gleich mal. Die nie, die nie, die nie. Ich hab ja alles. Warte mal bitte Sven, warte mal. Ja, ne. Ja, ne. Ich guck mir nach ner an. Haha. Ich kann ja auch gar nicht erzählen. Äh. Was sagtest du, Dirk? Ich hab die anderen mal eigentlich. Ich hab eh nicht mit Blitz mit so einem geliebt. Du spielst doch eh mit Blitz. Ja, ich brauch die eh nie, weil Sniper, das ist irgendwie draußen der Sven, Dirk. Wir sollen wieder hier durch, laut Karte. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir die anderen Aufträge abliefern können. Komm, wir haben ja Groben getötet, dann haben wir ja diesen Auftrag gemacht, den Auftrag, und haben aber ja auch noch nie abgegeben. Dirk? Er muss ja mal die andere Aufgabe markieren, eh ne. Ich hab mal echt gedacht, dass das vielleicht hier, ne. Weil hier die meisten noch hin geflüchtet sind eigentlich. Dirk. Ja. Danke. Bitte. Dirk kann ich aber ohne ansprechen, das ist ja das komische. Vielleicht hab ich mir eine neue angenommen. Also, ich geh... Sven. Warten Sie mal bitte, junger Mann. Hallo! Am freundlichen Seiten, du helden sind neue Missionen angeschlagen. Junge Mann, warten Sie mal bitte. Wir gehen jetzt, du gehst auf die Map und ich geh wieder die ganzen Aufgaben durch, mach mal. Warte mal kurz, ich muss hier reden. Mein Tresor, ein Tresor, ein Tresor. Was sagt das Dirk? Ein Tresor hab ich gefunden. Also... So, Karte kann man gucken, hm. Also jetzt... Waffenkiste. In... Warte mal bitte, Sven. Dirk, warte. Ähm, jetzt nach Rust Commons East hab ich das. Mhm, weiter. Rust Commons West hab ich das. Weiter. Gibt's nix. Gibt's nix. Müssen wir alle durch das Tor. Allesgleichen. Mehr hab ich da nie. Ich hab dann... Warte mal, wo ist denn das da? Warte. Durchs Tor. Wo ist das? Durchs Tor. Wo ist das? Durchs Tor. Durchs Tor. Mit Hälse, ja. Da vorne. Ah, 6000 Erfahrungspunkte. Unsticht. Das heißt, die Kamera gibt's nicht. Zack. Aber was ist denn drin? Gold? Er hat wieder zwei Aufträge für uns. Sind die... Warte mal, sind die schon ausgewählt? Sind die schon ausgewählt? Gegeben erstmal ab, die Aufträge, die wir alles erledigt haben. Und dann... Also nochmal, jetzt hab ich zwei neue Aufträge bekommen. Durchs Tor ist die. Was ist mit der? Nee, warte mal. Das? Das sind alles im Tor, ja? Äh, welches ist denn der? Das Tor? Oder das? Alle derselbe Tor. Alles klar. Ja, und danach müssen wir weit... Wo bist denn du? Ah, hier in Embiir. Ja, und danach müssen wir noch einmal gucken, wenn wir durchs Tor gegangen sind, welche dann näher sind. Das sind zwei verschiedene Stadtgebiete. Ist Jörg hinter uns? Ich hör'n nicht hecheln. Keine Ahnung. Ich hör'n auch nicht. Ah, jetzt, ja. Ich hab'n Klo gerade. Oh, kommen wir da drüber? Klar. Und ich wieder nie! Und ich nie! Wir haben Superkräfte hier. Hier, Schwerkraft ist ja unser bester Freund. Ich drück' schon mal, Sven. Wir werden eh hinterher teleportiert. Nein! Bleib' ich zurück, Dirk. Ist doch egal, Sven. Dirk. Du kommst einfach nach. Ich stürze das Spiel doch ab. Was komme ins West? Dirk. Dirk. Aber heute brauchst du aber nie wegen jeden kleinsten bisschen mal die Aufnahme stoppen. Doch. Stopp. Nein. Also, nochmal gucken. Also. Ich geh' mal automatisch gucken. Ja, tu er dies. Okay, fangen wir an mit der ersten. Mhm. 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 Weiter. Mhm. Weiter. Weiter. Oh. So ist es nicht. Weiter. Mehr gibt's nicht. Der nicht zurück? Wie war ich ja gerade? Hier als erstes? Ja. Ja. Dann die zwei Fahrer gehen, wie ich weiß. Und dann. Ja. So. Also, die zuerst gut. Die zuerst. Ähm. Wir Automaten gucken. Ist nicht, ist nicht drinnen so gutes. Ja, für dich. Für dich ja nicht. Aber vielleicht. Die Sirenen-Mord hast du schon gehabt. Dann. Transfusions-Mord. Hier hast du doch auch noch einen. Hab doch gekauft, Sven. Mit 58 Haar. Ich hab doch jetzt einen. Ja. Ich hab jetzt auch einen. Ich auch. Soldat. 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 Sirene. Aber der ist schlechter als du den nur hast. Woher willst du denn das? Weil du Phönix hast und sowas. Die Blume geht nicht davon. So ne Sonnenblume. Au. 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 Das ist ja selber schuld. Jetzt hat er uns angerempelt. Jetzt hab ich einen Rückenschaden. Aua. Sackst du gleich Rücken dazu. Kopfschaden. Ach. Ach. Die Mg ist ja hier auf dem Auto so stark. Überpower. Sag mal. Diese Blumen kommen mir so vor, als wären sie später mal ein Quest-Objekt. Kann das sein? Weiß ich nicht. Aber hier sind Vögel. Ja ich hab's gemerkt. Ja ich hab's gemerkt. Die... Immer kam... Von... Gisschen... 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 Ich dachte du bisteten. Gisschen. Ich hab mich wieder zum Leben aber weg... Ich hab dich jetzt nicht gemerkt, ich dachte jetzt die sind die zu warten. Gisschen... Huch... Schieß... 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 die ganze zeit und holt mich an wo seid denn ihr ja ich bin die antrag steigung gegangen ich bin hinter euch wenn sie das wissen wollt wo seid ihr oben ich denke du bist ich bin da hinter dir habe ich gesagt ja du fragst wo wir sind wo seid denn ihr gut gibt es ja was interessantes schießt du mich mal ab ich lebe da noch um was ich höre der ganze hier ist einer hier ist ein großer ich bring die treffertode nach oben das hat ja mal erst angehört ich will jetzt nichts dazu sagen firma dankt firma dankt firma dankt wartet mal ich muss mal gucken ob man es mit feuerschaden brauche ich habe die waffe mit feuerschaden warte ich hab was mit dich wenn du es brauchst du ich schmeiß es mal raus hier wenn du es wenn du es brauchst zeig mal nur wenn du es haben willst sonst nehme ich es mir wieder ich geh mal nach oben gucken allein ich komm hier mit ich komm hier mit brauchst nicht allein sein ich hab dich aber geheilt habe wenn ich auf dich schieße ich komm ja mit ich bin ja hinter dir trainer hier sind Waffen kein Scharfschützengewehr ein Schrotflinte schrotz ist für Dirk Sniper ja nein vielleicht ich hab einen Sniper musst du selber wissen ich hab ja eh ne was ist denn hier hinten hier muss irgendwie was mal sein der Auftrag oder was ja was sollte hier sein was muss man überhaupt machen ach öffnen keine ahnung rohr öffnen ja die sind alle rot green ja du musst aber umständlich ist hier vielleicht nein wie sah denn das jetzt aus inhalt im rohr gerade geöffnet ich hab zerschossen ach so ja schossen iiii ich steh genau da runter kackawasser mhm wo ok ok Matthias zum nächsten Test das andere läuft ja gar nicht aus das läuft das läuft 10% das ist das losgelaufen ne bei mir läuft das bei mir läuft das ne es läuft ein beide ne bei mir läuft das ist egal warte mal Sven bleib mal stehen ich warte auf den nächsten Platz da dann warte sonst fahr ich blind dorthin ich weiß wo die ist ne ähm ich bin zur Bar dort Arena Arena ist dort fahr wir zur Arena die hier ja mach mal die gut dann fahr warte du musst mich ja auch mitschieben du musst mich ja auch mitschieben hier gibt's ne Arena du musst mich mitschieben ja ja ich versuch schon sag Bescheid wenn ich mich irgendwie warte ne ne ich kümmere mich schon ach das ist ja nett wir müssen mal was einsammeln guck ob was brauchbar ist ne es ist nie ne hier war ich doch schon ich hab hier doch diese Fliegefiecher weggeschossen da liegt doch der Grüne Fliegefiecher? ne hier diese Fliegefiecher da ähm warte mal das müsste da sein ne ach ein Auto müssen wir jetzt zusammen sammeln oder was vor der Stoßstange Unterbestosstange 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 hier müssen wir raus ähm ja ach doch Schaffschütze ja